Das Hotel Marina Biblos liegt in Dubai in Dubai. Die meisten Gäste des Hotel Marina Biblos würden das Hotel weiterempfehlen. Die Weiterempfehlungsrate liegt bei 79%. 20 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4 von 6 Sonnen vergeben. Leider liegen nicht mehr Bewertungen als die 20 vorhandenen vor. Daher sind die Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Das Hotel befindet sich in einer guten Lage. Dabei können die Einkaufsmöglichkeiten, Strandnähe, Verkehrsanbindung und Ausgehmöglichkeiten eine Rolle spielen. Durchschnittlich werden 4,8 von 6 Sonnen für den Standort des Hotels vergeben. Zimmer. Für die zufriedenstellenden Zimmer in diesem Hotel vergeben die Gäste 4,3 von 6 Sonnen. Service. Für den guten Service des Hotels vergeben die meisten Gäste 4,1 von 6 Sonnen. Hotel allgemein. Sauberkeit und Zustand des Hotels sind gut und erhalten eine Bewertung von 4 von 6 Sonnen. Gastronomie. Gastronomisch bietet das Hotel in den Augen der meisten Gäste eine zufriedenstellende Leistung. 3,5 von 6 Sonnen lautet die Durchschnittswertung. Sport und Unterhaltungsprogramme. Das Unterhaltungs- und Sportprogramm ist akzeptabel. Es wird mit 3,4 und 6 Sonnen bewertet. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.